Christian mit zwei. Du verlassst dich runter, sie springt und sie springt jetzt wieder. Die Falter ist wirklich super. Herr Renat. Ja. Zehn Abel. Zehn Abel. Zehn Abel. Es ist nur einer da. Mann, trotz Hilfe. Wir hätten es so gerne gewollt. Leid da einen Tiss. Das nächste Mal hörst du auf alle.